Der Vater dreht sich regelrecht ab, wenn er dich nicht leiden kann, dreht er sich ab und dann schreit er, wenn er sich zu dir macht. Aber Hund hat er noch 6.000. Das ist auch so ein Show von der Kirche. Die sind die ganze Tage am Surfen. Er macht dann die Organisation von den Dingen da. Er macht ihn gleich. Als nächstes sehen wir Sarah Kloos mit Queenie. Zup spricht die Kreuzung von Kloos. Das war ein 2. Maigaum in einer Zeit von 4091. Dann geht es weiter mit der A3 Medium. Leider nur ein Starter in der Wertung. In der A3 Medium auf dem 1. Platz die Sarah Kloos mit Queenie. Da kommen wir zu der A3 Large. Da haben wir auf den Bremsen.